Hier kommt sie zur Vorstellung, die Programm Nr. 61. Der ebenfalls in Würden stationiert ist. Und hier ist der Hengst aus dem Holsteiner Stamm. 1571. Aus der Dino und Abi. Baby 19, Chianti vom Caratino. Beide im Springsport der S-Klasse erfolgreich. Aus diesem Mutterstamm führt der Hengste. Leckester vom Lord, Phantos vom Van Wiese. Zahlreiche Springpferde. Bis zur schweren Klasse. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020